Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften, zum sechsten, mein Arm wird lahm. Ach jetzt kommt schon! Ich guck ganz bewusst in eine Richtung, you know, oder? Ach, ja, pass auf, ähm, mir hat sich was verdreht, verdammte Scheiße. Es gibt ja eigentlich für das Open Mic eine Hymne, das weiß das Open Mic nur nicht. Also jetzt ist es, äh, Zeppelin, Zeppelin mit Ausdruckstanz. Ähm, und zwar sind wir irgendwann mal reingekommen und da stand hier schon ein Mensch, der Stottbo heißt und ein anderer Mensch, dessen Namen ich leider nicht kenne, mit einem Kontrabass, weil die haben folgendes Lied gesungen, Kiebel, die haben folgendes Lied gesungen, welches erst aufhört, wenn alle nur Freunde singen, also viel Spaß. Heute ist wieder Donnerstag, da mach mal im Larrantantam, find ich gut, find ich gut. Und Maria Kron, lauter, Maria Kron, lauter, Maria Kron. Maria Kron, lauter, Maria Kron, Maria Kron. Heute ist ein Tag nach Mittwoch, da mach mal im Larrantantam, find ich gut, find ich gut. Maria Kron, Reggae. Maria Kron. Maria Kron. Und ich weiß, dass es spät ist. Kron. So, ja, das Lied hört jetzt trotzdem auf. Und ich hab weiterhin eine Gitarre zu versteigen. Wer will nochmal, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Vielleicht willst du ja nochmal. Okay, komm. Maria Kron. Achso, ihr wollt mich vor den Bühne hauen, achso. Na okay, kannst du ja mal versuchen. Was hebt dir das? Ich hab's schreckt. Ich hab's schreckt. Ich hab's schreckt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020